Heute kam eine Menge News zu den Magikons und dem Professional Play der nächsten Zeit raus und boy, habe ich da eine Meinung zu. Fangen wir an mit dem 2025 Magikon Schedule. Dies Jahr hatten wir die Magikon in Amsterdam in Europa. Hier ein lustiges Video, Fizzle Fip, habt ihr nicht gesehen. Die wichtigsten Fakten sind, wir haben nur drei Pro-Touren mit drei Magikons und die sind alle in den USA. Uff, es wird keine Worlds geben, die öffentlich sind. Es wird ein Worlds geben, aber das ist nicht public, auch das wurde heute gesagt. Quelle dafür ist immer Weekly MTG und der entsprechenden Artikel. Ich bin kein Fan von der Entscheidung. Es wurde schon gesagt, wir werden wieder nach Europa zurückkommen. Wird dann wohl 2026 sein. Hat sowohl Blake als auch der Tweet bestätigt. Trotzdem sehe ich nicht, warum er das nicht hinkriegt. Von drei Events auch eins nach Europa wäre cool für uns oder in andere Gegenden in die Welt zu schieben. Das kann ja nicht so schwer sein. Und ja, es wird nächstes Jahr die Spotlight Series geben. Das ist also das Competitive Play. Das ist aber was ganz anderes als so eine Magikon. Der Con-Charakter, der fehlt einfach auf so einem kompetitiven Event wie der Spotlight Series. Und wenn wir schon mal dabei sind, kamen gleich ja noch die nächsten Seasons für die RCQs raus. Und haltet euch fest, ich hoffe ihr mögt Standard. Es wird Standard, Standard, Modern, Standard, Standard sein. Und nein, ich habe keinen Sprachfehler. Das ist tatsächlich so. Bis Anfang 2026 werden alle RCQs in Standard sein. Bis auf eine mittendrin im Modern-Format. Jetzt haben wir gerade ein Pioneer-Format, was richtig gut ist, was sich entwickelt hat. Und was passiert? Wir spielen es einfach nicht mehr auf diesem Circuit. Ich weiß nicht, was Wotzi sich dabei gedacht hat. Bin aber gespannt, was ihr dazu sagt. Ab in die Kommentare damit. ... Vielen Dank.